Ist der Helmut hier? Helmut ist nicht da. Der wollte heute noch irgendwas sagen. Der wollte eigentlich auch heute Flyer verteilen. Ich weiß, weiß jemand über Willi Wimmer Bescheid, wann der wo ist oder so? Am 16.12.19 Uhr im Audimax. Am 16.12. um 19 Uhr im Audimax. Da ist wohl der Willi Wimmer, ein sehr interessanter Mann, der früher mal für ich weiß nicht, CDU, war der? Auf jeden Fall CDU, genau. Also parteipolitisch war er unterwegs und war in Ruhestand und mittlerweile informiert er sehr über die Hintergründe, die so momentan überall ablaufen. Und man kann nur empfehlen, wer die Zeit hat, wer die Lust hat, sich diesen Vortrag, den Willi Wimmer, halt wirklich anzuhören. Ansonsten einfach mal schauen bei Ken FM. Der Ken hat ein sehr langes Interview mit ihm gemacht. Sehr interessant. Einfach mal anschauen, was Menschen, die Hintergrundinformationen haben, was die so von sich geben. Leider immer erst dann, wenn sie aus der Politik ausgeschieden sind. Deswegen ist auch Politik für mich keinerlei Alternative, keinerlei Instrument, womit wir irgendetwas verändern können. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir das System verändern, dass unsere Stimme gehört wird. Aber trotzdem, interessant zu hören, was diese Menschen sagen. Und interessant auch zu hören, dass die ganzen ehemaligen, oder einige ehemalige Bundeskanzler heute davor warnen, gegen Russland hier Stimmung zu machen. Und unsere amtierende Bundeskanzlerin, das hat einer so schön geschrieben, Gouverneurin von den USA, oder für die USA, sie betreibt diese Propaganda gegen Russland immer weiter. Und das soll eben halt auch der Aufmarsch sein, am 13.12. in Berlin. Und ja, wer kann, bitte unterstützen.